Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 16. Mai 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1347 nach einigen Tagen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, mit Ausfällen. Dazu gleich noch mehr. Zuerst aber Oppo, Mary Silken X, Peloton, Disney+, Google I.O., Apple Maps, YouTube, Elon Musk und so wie vorhin schon angekündigt, der Hinweis in eigener Sache. Aber jetzt starten wir gleich mal mit Oppo. So wie es ausschaut, ist es mit Oppo in Deutschland nun wirklich vorbei. Zumindest die Webseite hat jetzt komplett alles runtergenommen, ausser dem Hinweis auf das Sponsoring vom, ach was war das nochmals, irgendwas mit Fussball. Genau, der Champions League natürlich. Ja, doch nicht nur Oppo, auch generell der BBK oder das BBK-Unternehmen zieht sich zurück. Das schaut unschön aus, das heisst Realme, Vivo und OnePlus, alles zieht sich aus Deutschland zurück. So aktuell zumindest das, was man sieht. Die PR-Agentur ist nicht mehr für Oppo zuständig, also die Deutsche zumindest, nicht hier in der Schweiz, sondern in Deutschland. Und auch die Mitarbeiter, die man da kannte, die im Marketing, PR etc. unterwegs waren, auch die oder deren E-Mail-Adressen werden nicht mehr betrieben. Und respektive gibt es nur noch Rückmeldungen direkt aus China. Das sind natürlich unschöne Zeiten, vor allem, oder anders gesagt, ich hoffe natürlich nach wie vor, dass sich hier Nokia und Oppo einig werden. Aber wie man immer wieder mal vernehmen hat können, will Nokia einfach wirklich richtig, richtig viel Geld für seine Patente. Und da wird man sich nicht einig. Das ist sehr, sehr unschön. Was ich euch aber sagen kann, ist, in der Schweiz gibt es dazu aktuell zumindest noch nichts zu hören. Sollte sich da was ändern, werde ich mich natürlich melden. In den letzten Wochen oder in der letzten Woche, um genau zu sein, kam eine ähnliche Meldung auch aus Frankreich. Auch da schaut es aus, als würden sich die BBK-Companies verabschieden. Alles noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber wie vorgenannt, schon ziemlich heftig, wie man es so sieht. Ein weiterer unschöner Moment war die Ankündigung, dass Oppo seinen eigenen Prozessor, nicht den Hauptprozessor, da haben sie ja nach wie vor immer auf Snapdragon-Prozessoren gesetzt, nie, der Bild- und Videoprozessor der Mary Silicon X Chips, den sie vor, ich glaube, zwei Jahren, 2021, rausgebracht haben, im letzten Jahr optimiert haben, der wird eingestellt. Die Firma CQ, wenn man es dann so ausspricht, die für genau das tätig war, also die Tochterfirma von Oppo, die eben genau diesen Prozessor gefertigt hat, die hat erst gerade noch hundert Stellenausschreibungen gemacht. Und das ist natürlich schon ziemlich unschön, würde ich mal behaupten, dass man es jetzt absetzt, so meine ich. Denn die Firma selber wurde auch überrumpelt. Oppo hat ihnen relativ kurzfristig gesagt, dass der Laden dicht gemacht wird. Ich bin da sehr gespannt, wie es in dem Bereich weitergehen wird. Zu Peloton gibt es auch etwas Unschönes. Das angeschlagene Unternehmen mit seinen Fitnessfahrrädern, mit dem grossen Tablet oben drauf, hat einen grossen Rückruf angekündigt. Insgesamt 2,2 Millionen Fitnessgeräte, Fahrräder, werden zurückgerufen, freiwillig zurückgerufen, da es innerhalb von den letzten Wochen 35 Unfälle damit gab. Unfälle im Sinne von, dass die Sättel runtergekracht sind und oder abgebrochen sind. Aus den 35 Fällen wurden übrigens 13 Verletzungen gemeldet. Gebrochenes Handgelenk, Risswunden und Prellungen waren das, was es schlussendlich dann in der Richtung gab. Ziemlich auch hier unschön. Aber man bedenkt, von 2 Millionen verkauften Fahrrädern, 35 Schadensfälle, ist das natürlich nicht so gross. Aber dennoch, Peloton möchte sich da nicht auf irgendeine Challenge raussetzen und ruft die lieber direkt zurück und repariert das Ganze. Auch Neuigkeiten in den letzten paar Wochen gab es von Disney. Die haben 4 Millionen Abonnenten verloren und planen weitere Preiserhöhungen. Das ist natürlich für uns Schweizer, wo das hoffentlich nicht kommen wird mit der Preiserhöhung, ziemlich unschön, da Disney Plus schon hier relativ teurer oder deutlich teurer ist als im Ausland. Vor allem verloren hat Disney Kunden an Disneys neuesten eigenen Unternehmen. Die haben nämlich Hotstar, einen Streamingdienst in Indien, zugekauft und umbenannt in Disney Plus Hotstar und da den kompletten Katalog untergebracht, was natürlich hiess, dass einige Disney Plus Konten in Indien ihr Disney Plus Konto gekündigt haben und das Hotstar Konto weiter nutzen, das sie sowieso schon hatten, wo jetzt das ganze Marvel, Pixar, Star Wars etc. Zeugs mit drin ist. Mal schauen, wie das weitergeht und vor allem, was da für ein Wachstumspotenzial ist. Ich denke mal, da ist noch einiges möglich in Indien, sonst hätte Disney den Dienst sicherlich nicht aufgekauft. Und dann letzte Woche war auch das Google Event. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen. An Hardware gibt es ein erstes Tablet oder ein neues Tablet, nicht das erste, sondern wieder mal ein Tablet von Google. Es gibt ein neues Mittelklasse-Telefon und es gibt was zum Klappen. Wer dazu mehr hören möchte, in der letzten Geek Talk News-Episode habe ich mich mit dem Mike und dem Achim darüber unterhalten. Hört da doch mal rein. Da geht es auch noch um die anderen Geschichten, die Google angekündigt hat. Ganz viel KI und künstliche Intelligenz-Zeugs. Dann ein kleiner Hinweis für alle unsere österreichischen Zuhörer. Lieben Gruß wieder mal an der Stelle. Aktuell fährt das Apple-Auto oder fahren mehrere Apple-Autos durch das Burgenland, durch Kärnten, durch Niederösterreich, Oberösterreich, durch Salzburg, die Steiermark und den Vorarlberg. Und natürlich auch durch Wien. Wenn ihr da auf die Strasse sitzen möchtet zu den Tagen oder in welche Richtung auch immer planen möchtet, Die Daten haben wir euch verlinkt auf daily.geektalk.ca und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Dann gibt es Neuigkeiten von YouTube und da wird sich jeder nicht freuen, der einen Werbeblocker nutzt. Denn YouTube erlaubt es zukünftig nicht mehr, YouTube zu nutzen, wenn man einen Werbeblocker aktiv hat. Na dann, viel Spass mit der zusätzlichen Werbung. Und es ist jetzt auch relativ fix, dass Linda, ich kann den Namen nicht aussprechen, Jakarino, Jakarino, Twitter-CEO werden wird. Auf jeden Fall, wie angekündigt, schon Ende letzten Jahres, sobald er eine Nachfolger oder eine Fachfolgerin hat, wird er zurücktreten. Tut sie jetzt, der ehemalige oder bald ehemalige Twitter-CEO, Elon Musk, nämlich schon bald. Er hat jemanden gefunden. Und ja, das war es dann auch schon mit den Themen. Jetzt kommen wir noch zu dem Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es ja bemerkt, der TikTok-Daily ist in den letzten Wochen sehr, 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 oder besser gesagt zweieinhalb Monaten schon sehr am Schwächeln. Ich werde nicht aufhören, ich habe es nicht vor. Ich hatte einfach viel mit meiner Gesundheit zu kämpfen, diverse Spitalaufenthalte und alles Mögliche rundherum. Plus beruflich noch ein bisschen eine Umstrukturierung. Und deshalb muss ich das Ganze ein bisschen neu angehen und neu planen. Wenn es aufgeht, ich bin aktuell am Üben, werde ich die Daily jeweils halt schon am Nachmittag aufzeichnen und nicht erst am Abend, respektive um Mitternacht wie früher. Das könnte somit sein, dass die ein oder andere Nachricht vielleicht dann halt nicht am Folgetag mit drin ist, weil es halt einfach nicht anders geht. Aber ich probiere es mal so, weil ich möchte auch wieder, dass ihr Daily eine Episode bekommt. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr auch weiter dem Projekt treu bleibt und würde sagen, bis auf die nächste Episode. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis bald. Dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.